Moin Moin, hier ist mir der Bernhard von Lenzburg. Ich grüße euch. Wir spielen weiter hier auf die AGS-Map, neue Zeit, Teil 2 und hier habe ich mir auch wieder einen neuen LKW zugelegt, weil gut dieser fährt hoch zur Raffinerie, weil man ja auch mal Diesel braucht für den Hof. Damit man nachher dann mal einen anderen Kursplay einstellen, hier von Diesel LKW, wo ich sagen, jetzt einen anderen Kursplay machen kann, damit die LKWs und hier die Ruder, wie heißt hier, über dem Hof fährt und da tanken kann, dass das dann kein Geld kostet. Und was noch natürlich ist, hier am Güterbahnhof, da fahren ja die meisten, also alle hin zum Entleeren mit Getreide und Raps. Und Georgia zieht man wirklich eine Menge, eine Menge Geld mit. Und wie ihr seht hier, die LKWs, die haben hier auch hier Grenzburger Zeichen dann. Und das hier ist Nummer 3, das ist hier der matte LKW. Ne, Nummer 2 ist das Nummer 2. Das hier müsste Nummer 2 sein. Das ist hier die Rapsabbahn, die hier hoch zum Hafen fahren, jetzt um, ich sag schnell, um Diesel herzustellen. Also Raps abfahren. das sind glänzende LKW und das ist der Mathe, die Matheausführung ich habe hier ein Kursbild für den LKW so gelegt, dass sie die Traktoren oder was man da bezeichnen kann, dass die sie überholen können und hier wesentlich schneller sind, da die Rauta, die fahren ja höchstens 24,25, das alles aber ich hatte die als Mod gesehen, da habe ich gedacht, na, da kannst du ein paar Stück von laufen lassen und da ist auch nicht schlecht und vor allem die funktionieren auch einwandfrei da kann man auch die Türen rechts und links öffnen und haben auch einen geilen Sound und ich will sagen, dass wir direkt wieder geholt dann nehmen wir eine Güterbahn, da kann man das mal mit dem Getreide machen, das mal mit dem Zug abfahren dann auch achselt mal oben rechts auf der Ecke da dauert einen kleinen Moment und dann kommen einmal zwei Zahnen, einmal für Getreide, weil ich zur Zeit ja nur Getreide hinfahre und Traps eben und noch keine Zuckerrüben das werde ich auch noch machen, also kommen zwei grüne Zahlen und die sind hier für den Güterbahnhof für das Abfahren behandeln und das ist dann länger und da kann man sehr schnell sein Geld mit aufstocken da braucht man kein Geldsheet mehr zu verwenden und so die ganzen Anschaffung die ich ja gemacht habe, die eben durch, nach und nach hier, eben durch die grüne Bank kommen und dann kommen hier fahren wir schön die Brücke da können wir schön das Wasser sehen ich hätte auch noch irgendwie ein kleines Boot hätte fahren lassen können und ja, von auch anderen auch noch schön gewesen aber es ist nicht schlecht, die Möp ist also schön naja, ist gut, ich bedanke mich erst mal fürs Zuschauen und sage erst mal Moin Moin, euer Ben aus Plansburg und bis zur nächsten Folge, tschau tschau jier, tschau das wird ja erst mal Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020